Heute sprechen wir darüber, warum du dich nicht selbst akzeptieren kannst. Es ist ein sehr, sehr wichtiges Video, um den Druck, sehr gute Noten schreiben zu müssen, wegzubekommen. Um mangelndes Hälftegefühl wegzubekommen, um selbstliebend zu praktizieren. Es ist wirklich sehr, sehr wichtig, dass du das jetzt verstehst. Es ist extrem tiefgehend, extrem tiefgehend. Deswegen viel, viel Spaß, habt ein Open Mind und da wird euch das Video sehr, sehr viel helfen. Willkommen zu Abiturathleten, hier ist Leo, dein Abiturcoach und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Und mir geht es ja nicht nur darum, euch zu eurem Traumabiturschnitt, also quasi irgendwie eine 1,3 oder was auch immer, zu verhelfen, sondern auch dafür zu sorgen, dass es euch in diesem Prozess gut geht und dass ihr euch in diesem Prozess gut fühlt. Und der absolute Hauptgrund, warum wir uns nicht gut fühlen, ist eigentlich, dass wir uns selbst nicht akzeptieren. Natürlich kann es immer sein, dass irgendwie von außen Dinge passieren, weswegen wir uns nicht gut fühlen. Ja, wir kriegen eine schlechte Note, wir haben vielleicht auch mal einen Unfall oder was auch immer passiert, aber darauf haben wir keinen Einfluss. Ja, wenn morgen der Himmel auf uns alle runterfällt, dann können wir machen, was wir wollen, er wird auf uns runterfallen. Aber, was wir kontrollieren können, ist, was in uns selbst liegt. Und es klingt so ein bisschen klischee-mäßig, aber es ist wirklich so, so wie es sich in dir drin anfühlt, so siehst du halt eben auch die Welt. Und wenn du immer das Gefühl hast, die Welt ist so böse und gemein, alles ist so traurig und unfair, dann spiegelt das meistens einfach nur deine Innenwelt wieder. Und auf der anderen Seite, wenn du sagst, wow, ist alles so toll, das ist so schön, dann bist du meistens wahrscheinlich einfach ein sehr glücklicher, aufgeschlossener Mensch. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, da diese Wechselwirkung zu verstehen. Und jetzt möchte ich dir eben erklären, warum du vielleicht immer das Gefühl hast, hm, ich kann mich gar nicht richtig selbst akzeptieren. Natürlich, ich kann mal gute Noten schreiben und dann bin ich vielleicht stolz auf mich, aber wenn dann die guten Noten wegfallen, bin ich auf einmal nicht mehr stolz auf mich und ich habe irgendwie das Gefühl, ja, fast schon, ich bin nichts mehr wert. Ja, irgendwie, was bin ich denn außerhalb meiner Noten? Oder auch, nur wenn ich mit mir selbst allein bin, kann ich irgendwie nicht zufrieden mit mir sein. Warum ist es so? Da gibt es jetzt eine sehr tiefgehende Erklärung dazu. Stell dir vor, du bist wieder dein nulljähriges Ich, ja, du kommst frisch auf die Welt. In dem Moment bist du emotional, seelisch gesehen erstmal ganz, ja, weil du bist ja gerade erst entstanden, ja, ist ja noch nichts dir passiert. Und gerade auch am Anfang unseres Lebens kümmern sich ja alle, in 99% der Fälle, extrem gut um uns, ja. Ja, unsere Mutter ist extrem besorgt um uns, die Ärzte vor Ort kümmern sich natürlich gleich darum, dass irgendwie mit unseren Blutwerten und allen möglichen anderen Messungen da alles passt. Und auch die ersten Monate sind wir natürlich das größte Glück unserer Eltern, ja, die achten die ganze Zeit auf uns, umsorgen uns stark. Aber egal wie perfekt die Eltern auch versuchen, die Erziehung zu gestalten, und das ist ja wirklich ein großes Thema, worauf man ja auch nicht so sehr darauf vorbereitet wird, ähm, es kommt zwangsläufig, egal wie gut du vielleicht auch, was für eine gute Erziehung du genossen hast, und natürlich gerade auch, wenn deine Erziehung nicht so war, wie du es dir vorgestellt hast, dann natürlich umso stärker passiert der folgende Effekt. Und zwar, früher oder später zeigen wir ein Verhalten, was von unseren Eltern nicht akzeptiert wird. Zum Beispiel, ähm, vielleicht sind wir irgendwann gerade so alt genug, dass unsere Eltern uns mal mit ins Restaurant nehmen, ähm, und nach 30 Minuten haben wir keinen Bock mehr da zu sitzen, ja, wir sind irgendwie, was weiß ich, acht Monate alt, und denken uns, was ist das für eine Rotze hier, ich will heim und schlafen, ja. Und dann so, neee. Und was machen die Eltern natürlich? Nicht, weil es gegen dich als kleines Kind ist, sondern einfach nur, um die anderen Gäste nicht zu stören, sondern so, pscht, seid leise. Und je nachdem, wie gut der Erziehungsstil war, kann das halt auch mal, ähm, deutlicher ausfallen, ja. Und solche Ereignisse ziehen sich natürlich durch unsere gesamte, äh, Säuglingsphase, Kindheitsphase und auch durch unsere Jugend noch, ja. Und auch wenn vielleicht, irgendwann vielleicht sogar schon, viele gehen ja von euch schon auf 17, 18, 19, 20 zu, ähm, auch dann passiert es ja immer noch, ja, dann gibt es immer noch Verhaltensweisen, die unsere Eltern zum Beispiel nicht akzeptieren. Ähm, zum Beispiel auch das Ausdrücken von Wut. Ist ganz, ganz offene Sache, ja. Ja, wenn du zum Beispiel auf einmal wütend bist und du schlägst als 6-jähriges Kind einfach in deine Kiste, einfach weil du aus irgendeinem Grund wütend bist, keine Ahnung, weil dir im Kindergarten irgendwann das Spielzeug weggenommen hat, dann ist das eigentlich erstmal, ähm, eine total, psychologisch gesehen, eine total gesunde Reaktion, ja. Weil, ähm, es passiert was, was dich frustriert und du baust diesen Frust zum Beispiel einfach dadurch ab, dass du dich halt mit dem Kissen beschäftigst und halt nicht dem Typen gleich eine auf die Schnauze haust, ja. Ähm, nur wird halt dann das oft von den Eltern unterbunden, was auch erstmal nicht so schlimm ist. Das Problem ist nur, dass für uns als Kind, egal in welchem Alter, das aller, allerwichtigste ist, von unseren Eltern akzeptiert zu werden. Das kommt einfach noch von vielen Jahren früher, ähm, als wir noch da mit Sperren durch die Gegend gelaufen sind. Und damals war es so, stell dir vor, du bist neun Jahre alt, wirkst in dem Stamm auf und auf einmal machst du mehrfach Dinge, denen den anderen nicht gefallen und wenn es dann dazu führt, dass der Stamm dich auf einmal rausschmeißt und du alleine in der Wildnis klarkommen musst, war es halt eigentlich gleich bedeutend mit dem Tod. Gut, dementsprechend in uns bis heute ganz tief einprogrammiert, ich möchte keine Ablehnung erfahren. Das ist auch der Grund, warum, ähm, so viele oder eigentlich jeder Angst hat vor der Meinung von anderen Menschen. Ich meine, wie viele Leute fangen zum Beispiel keinen YouTube-Kanal an, weil sie Angst haben, dass irgendwer was Dummes in die Kommentare schreibt, ja. Deswegen übrigens auch danke, weil ihr in den Kommentaren immer sehr, sehr nett seid. Ähm, aber du kennst das von allem, ja, wenn du zum Beispiel, ähm, jemanden, den du vielleicht attraktiv findest, irgendwie mal ansprechen willst, traust du dich, weil du Angst hast, dass er oder sie dich irgendwie ablehnt, ja. Ähm, und daher kommt es. Und dementsprechend werden wir als Kind immer eher unser Verhalten anpassen, anstatt weiterhin die Gefahr, auch wenn die Gefahr jetzt heutzutage nicht mehr so groß ist, aber werden wir niemals Risiko eingehen, unsere Eltern und unsere Versorger ja eben auch zu verärgern, weil wir ohne sie früher eben nicht überlebt hätten. Und dadurch passiert das Folgende, dass es einfach gewisse Anteile in dir gibt. Unsere Persönlichkeit kann man sich vorstellen wie, ähm, verschiedene, eigentlich hat jeder mehrere Persönlichkeiten, ja. Man sagt immer, man spricht ja von Schizophrenie, das ist nochmal ein bisschen was anderes. Ähm, aber wir haben alle gewisse unterschiedliche Anteile in uns, ja. Wenn du mit deinem Lehrer sprichst, bist du gewissermaßen eine andere Person, wenn du mit deinem Kumpel abends redest, ja. Ähm, genauso bist du wie anders, wenn du allein daheim bist und du bist allein da, wer, und du bist alle, äh, wer anders, wenn du, keine Ahnung, von der Klasse ein Referat hältst, ja. Vollkommen normal. Nur gibt es gewisse Teile von uns, zum Beispiel der Teil, der Wut ausdrückt, ja. Der vielleicht einfach mal, ähm, Luft rauslassen muss und so weiter. Wenn das von unseren Eltern, ähm, ganz, ganz oft einfach gesagt, nein, das darfst du nicht machen, nein, das darfst du nicht machen, dann lernen wir irgendwann, okay, dieser Teil von mir, der du ja irgendwo bist, ja, nicht die ganze Zeit, aber halt in gewissen Momenten, den lernst du zu unterdrücken und auszuschalten. Du kannst ihn natürlich nicht ganz wegbekommen, aber wir unterdrücken ihn so sehr, dass er fast nicht mehr existent ist. Und das passiert mit vielen Sachen, ja, zum Beispiel, wenn du, ähm, bei mir ist zum Beispiel oft so, ich bin einfach extrem ambitioniert, ich habe sehr viel Selbstvertrauen, habe einfach große Ziele und wenn ich das mit anderen kommuniziere, bekomme ich oft so ein, ja, chill mal, ähm, man muss ja nicht gleich komplett übertreiben und so in die Richtung. Und dann fängt man selbst zum Beispiel auch an, diesen, ich zum Beispiel auch diesen eigentlich total positiven Teil von mir, zu unterdrücken, weil ich nicht die ganze Zeit von anderen Menschen abgelehnt werden möchte. Und da fallen dir selbst bestimmt ganz viele Teile ein, ähm, die entweder früher in deiner Kindheit, in deiner Jugend oder auch jetzt noch von deinen Eltern, vor allem, oder vielleicht auch von Freunden oder, ähm, anderen Verwandten, kritisiert werden. Und so unterdrückst du es und lernst, dass diese Teile von dir schlecht sind, das Problem ist aber, dass diese Anteile von dir, Teil von dir selbst sind, das heißt, zu einem gewissen Grad, du sind. Und wenn andere dann sagen, hey, das ist schlecht und du für dich selbst annimmst, okay, das ist schlecht und ich muss unterdrücken, dann ist es kein Wunder, dass du dich nicht akzeptieren kannst. Weil du vielleicht 70% von deiner Persönlichkeit akzeptieren kannst, aber 30% nicht. Ja, das ist zum Beispiel auch eine der Übungen, die ich jetzt in den letzten zwei Monaten sehr, sehr viel gemacht habe. eben genau diese 30% an Anteilen, die von außen vielleicht immer, ähm, ja, sag ich mal, nicht akzeptiert werden, die mehr anzuschauen und ihnen mehr Bestätigung zu geben. Ja, das bedeutet jetzt nicht, dass wenn dir beigebracht worden ist, dass man Wut immer unterdrücken muss. Das bedeutet nicht, um das jetzt quasi zu akzeptieren und einfach auch wieder in deine gesamte Persönlichkeit zu integrieren. Bedeutet nicht, dass du jetzt anfängst und die ganze Zeit schreiend durch die Wohnung rennst, Löcher in die Wand boxst oder was auch immer. überhaupt nicht. Sondern es bedeutet einfach nur, dass du für dich selbst, nur das zu erkennen, heilt schon fast alles. Zu erkennen, wow, ich wäre manchmal einfach gerne richtig wütend. Und wenn du das merkst, dann ist es schon mal supergutes zu wissen und das kannst du jetzt als Beispiel für jeden anderen Anteil nehmen, zum Beispiel auch, wenn ich sage, ich will manchmal einfach richtig groß träumen oder wenn du sagst, ähm, ich will manchmal einfach freitanzen oder was auch immer es ist, ja, dann erkenne erstmal, wow, eigentlich, wenn ich ehrlich mit mir selbst bin, ist es ein Bedürfnis von mir und ich kann es irgendwie in meiner aktuellen sozialen Situation nicht oder nicht so oft ausleben, wie ich es vielleicht gerne würde. Und was ich dir dann empfehlen kann, ist erstmal, immer diesem Teil gut zuzusprechen, ja, mag es vielleicht für manche lächerlich klingen, aber selbst nett mit sich zu reden, ist eine unglaublich starke Fähigkeit. und gerade diejenigen von euch, ähm, die oft unter Notendruck, unter Selbstheilfe und so weiter leiden, achtet mal darauf, wie ihr mit euch selbst sprecht, ja, es ist meistens ein, boah, warum bist du so dumm immer dafür, boah, wenn du jetzt nicht die Note schreibst, dann bist du aber richtig schlecht und so weiter. Achtet mal darauf, nur positiv mit sich selbst sprechen, macht schon ganz, ganz viel aus. Und wenn du zum Beispiel jemand bist, der einfach viel gerne lieber tanzen würde, ja, dann, tanze allein in deinem Zimmer oder geh irgendwo in den Wald und tanze da, oder Schrei im Wald, ja, das habe ich zum Beispiel ganz, ganz oft gemacht. Ähm, ich bin, glaube ich, wirklich, vor allem von den männlichen Wesen auf dieser Welt, gehöre ich zu den aller, allerletzten, die Gewalt anwenden würden, ja, also ich glaube, ich versuche wirklich jede Möglichkeit, bevor ich, äh, irgendjemanden schlagen würde, ähm, aber trotzdem, ist es für mich total befreiend, manchmal einfach richtig, einfach, einfach zu schreien, ja, einfach diese ganze Energie, die sich vielleicht auch durch meine Motivation und so weiter, immer in mir anschaut, einfach mal rauszulassen und das ist natürlich eine Sache, die hast du vielleicht nie gemacht, aber wenn du das mal machst, zum Beispiel irgendwo im Wald, wo es keiner mitbekommt, ähm, merkst du vielleicht mal, wie befreiend es ist und du merkst wirklich, und das ist jetzt in den letzten zwei Monaten auch so viel bei mir selbst passiert, wie du Stück für Stück ganz nervös, du fühlst dich runder, auf einmal kommt auch so eine stärkere Wärme in dir, ja, wenn du zum Beispiel das Gefühl hast, in dir ist es immer kalt, das hatte ich zum Beispiel vor zwei Monaten, war es ganz, ganz viel so, weil ich extrem viel gearbeitet habe, gar nicht mehr auf mich selbst gehört habe und so weiter, und ich habe gemerkt, in mir ist es nur noch kalt, all meine Emotionen, meine Bedürfnisse sind alle einfach runtergefahren, einfach nur noch Aufgaben erledigen, Aufgaben erledigen, Aufgaben erledigen, und wenn du dir dafür Zeit nimmst, und das ist übrigens auch schon Selbstliebe, dir das Video anschauen ist Selbstliebe, sich damit zu beschäftigen ist Selbstliebe, und dann ist auch alles nach und nach ausgelöst ist Selbstliebe, weil du so immer runder wirst und du merkst, wie du auf einmal, du wirst glücklicher, du wirst unabhängiger von der äußeren Welt, ja, du musst nicht mehr irgendwelche Dinge erreichen oder haben oder sein, um dich gut zu fühlen, sondern du merkst, wow, so wie ich bin, ja, das ist ja immer dieses klassische, akzeptiere dich selbst, so wie ich bin, mit all meinen Anteilen, ich akzeptiere jeden Einzelnen davon, und gebe mich den gewissermaßen auch hin, und erst wird ganz, ganz viel lösen, deswegen, probiert das gerne aus, macht das gerne, kann ganz, ganz viel helfen, wenn ihr Fragen dazu habt, gerne in die Kommentare, und das ist auch jetzt nochmal ein sehr, sehr gutes Beispiel, ich hatte immer wieder manche Fragen, sagen, Leo, soll ich mich auf dein Coaching bewerben, ich habe noch nicht all deine YouTube-Videos gesehen, schau dir gerne auch alle YouTube-Videos an, auch wenn es extrem viel ist, aber zum Beispiel, das war jetzt nur mal auch so ein Preview, ja, ihr merkt schon, das ist halt genau der Punkt, wo ich mit den YouTube-Videos an eine Grenze stoße, ich kann euch auch so richtig tiefe, psychologische Sachen mitgeben, nur sind die dann am effektivsten, wenn ich halt persönlich mit ihr sprechen kann, und dafür ist unser Coaching, ja, das kann ich einfach auf YouTube nicht machen, ich kann es, ich kann nicht jeden einzelnen von euch, paar tausend Menschen, erstens kennen, und zweitens jetzt auch individuell darauf reingehen, ja, weil sonst wäre ein Video ein halbes Jahr lang, ja, deswegen, wenn du sagst, wow, okay, ich erkenne, jetzt vielleicht auch ein bisschen nur an dem, an dem Muster, das ich gerade vorgegeben habe, wie viel es schon bewirken kann, dann bewirb ich sehr gerne, jetzt auch schon aufs Coaching, auch wenn du alle YouTube-Videos schon gesehen hast, ähm, es geht nicht um die theoretischen Tipps, die sind nett und praktisch, und können an gewissen Stellen helfen, richtig tiefe und schnelle Transformation, die auch ganzheitlich ist, kann nur im Coaching funktionieren, deswegen, wenn du das möchtest, erster Link unten in der YouTube-Beschreibung, ähm, einfach draufklickst, in dem Prozess folgen, und dann, ähm, wäre ich vielleicht dein Coach schon sehr bald sein, wenn du eben geeignet bist, und das Ganze Sinn ergibt, ähm, ja, deswegen, in dem Sinne, denk dran, ich glaube an dich, wir sehen uns im nächsten Video, dein, Leo. ARD Text im Auftrag von Funk